Ich muss auf Eddys Nachricht antworten. Was schreibe ich hier? Sei cool. Was? Schick hier ein Emoji. Okay, sei cool. Willkommen in der geheimen Welt deines Handys. Wo Emojis wie ich arbeiten und leben. Hier hat jeder von uns eine Aufgabe und die muss er perfekt drauf haben. Immer. Hey, Alex schreibt. Grünes Licht für mehr. Wer? Ich? Was macht er da? Er macht das falsche Gesicht. Was ist denn das? Das ist mein Freund Jean. Er hat ein kleines Problem. Wow, wie machst du das? Egal, das kann ich eben. Hebst du uns. Kommt mit. Wir müssen das Handy verlassen und den Quellcode finden. Los geht's. Tschüss, Umilein. Wir müssen das Masterpasswort erraten. Wie heißt nochmal die Freundin von Alex? Sie heißt Mandy. Zugriff da weiter. Sandy? Cindy. Das könnte auch Gisela sein, aber irgendwie hört sich das auch nicht richtig an. Ich finde dich ziemlich cool, so wie du bist. Keiner verlässt das Handy. Läscht sie. Ich bin sehr gefühlvoll. Vielleicht ist es mein Schicksal, mehr als ein Gesicht zu haben. Wo bin ich? Candy Crush. Köstlich. Süß. Hemmlisch. Lecker. Ich esse nie wieder etwas Süßes. Nie im Leben. High Five. Tu es nicht. Tu das nicht. Das war da schon mal drin. Und mein Sohn, was tun wir, nachdem wir auf dem Klöchen waren? Die Hände waschen. Hahaha. Wir machen große Geschäfte. Das war da schon mal drin. Bis zum nächsten Mal.